Hallo und herzlich willkommen zurück bei Black Mirror. Wir werden jetzt Dr. Herman besuchen und schauen, was da so auf uns zukommt. Lassen Sie uns nicht weiter draußen in strömendem Regen reden. Folgen Sie mir bitte. Besser, oder nicht? Macht es Ihnen etwas aus, mit mir in die Leichenhalle zu kommen? Ich habe viel zu tun. Wir können uns dort unterhalten. Kein Problem. Gehen wir. Vorsicht vor der Treppe. Hier ist es dunkel und die Treppe ist durch die Feuchtigkeit gefährlich glatt. Also, was möchten Sie wissen? Ich bin gekommen, wie wir gestern verabredet haben. Es wird nicht lange dauern. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Lassen Sie mich raten. Es geht um William, richtig? Ja, Sie sagten, dass seine Leiche Verbrennungen aufwies. Ja, im Brustbereich, um genau zu sein. Und? Und was? Als wir uns gestern sprachen, sagten Sie mir, Sie würden mir mehr darüber erzählen. Darum bin ich hier. Habe ich das gesagt? Nun, ich kann nur das wiederholen, was ich Ihnen bereits gesagt habe. Massive Verbrennungen im Brustbereich. Verursacht durch einen unbekannten Gegenstand. Ist das alles? Ein unbekannter Gegenstand? Was Sie sagen, ist anders als das, was Sie mir bereits erklärt haben. Ich erinnere mich nicht. Das waren sowieso nur anfängliche Theorien. Ich habe alles im Obduktionsbericht festgehalten. Soll ich daraus zitieren? Das wird nicht nötig sein. Offenbar hat Dr. Herman seit gestern sein Gedächtnis verloren. Warum verheimlicht er, was er mir ursprünglich erklären wollte? Dieser Obduktionsbericht würde mich interessieren, aber nicht in seinem Beisein. Ich habe mit Inspektor Collier über Henrys Tod gesprochen. Es war unvermeidlich, dass er so enden würde. Er war ein hoffnungsloser Fall. Was meinen Sie damit? Na ja. Es war nicht das erste Mal, dass diesem Mann in betrunkenem Zustand etwas zugestoßen ist. Das weiß ich deshalb so gut, weil ich ihn immer wieder nach einem Besäufnis gesund pflegen durfte. Normalerweise war es nicht so ernst. Aber nun hat er seine Trinkfestigkeit zum letzten Mal überschätzt. Es ist mir etwas peinlich, aber sehen Sie, Henry hatte etwas Wichtiges, was mir gehört. Ich habe überall danach gesucht und es nicht gefunden. Dann fiel mir ein, dass er es vielleicht bei sich trug und dass Sie... Was soll es denn eigentlich sein? Eigentlich ist es nur ein kleines Stück Papier, aber es ist sehr wichtig, sonst würde ich Sie nicht fragen. Sie wollen, dass ich seine persönlichen Sachen durchsuche? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das tun würden, Doktor. Gordon, dieses Paket gehört zu den Beweismitteln. Ich kann nicht einfach etwas daraus entnehmen und Ihnen geben, solange die Ermittlungen noch andauern. Aber dieses Etwas gehört mir. Das spielt keine Rolle. Bis der Fall offiziell abgeschlossen wird, darf ich Ihnen den Inhalt nicht mal zeigen. Ich verstehe. Danke, Doktor. Wenigstens weiß ich, wo dieser verdammte Pfandschein ist. Ja, also ich kann da Doktor Hermann tatsächlich verstehen. Er muss sich halt an die Gesetze halten und das ist ein Beweismittel. Und das kann er nicht einfach rausrücken, auch wenn Samuel jetzt zum Beispiel Geld anbieten möchte. Doktor, könnten Sie vielleicht für einen Moment hinausgehen? Ich könnte meine Brieftasche auf dem Tisch vergessen, wenn Sie zurückkommen. Wie bitte? Wenn ich Ihre Familie nicht so lange kennen würde, wäre ich jetzt beleidigt. Hören Sie, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ich habe Ihnen schon gesagt, das Paket muss versiegelt bleiben, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Also vergessen Sie es. Okay. Vorhin hat Doktor Hermann irgendwas in den Container geworfen. Das möchte ich mir mal genauer ansehen. Der Deckel ist mit einem großen Vorhängeschloss gesichert. Mist, okay. Obenauf liegen viele zerrissene Papiere. Hm. Jemand hat sie erst vor kurzem weggeworfen. Sie sind noch nicht feucht. Ich sehe sie mir an. Na, ich vermute, da kommt wieder ein kleines Brüssel auf mich zu. Ich hoffe, das wird nicht allzu lange dauern. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eine Treppe nach oben? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Mann, so viele tote Tiere hier an der Wand Die Luft hier ist mit einem seltsamen Geruch behaftet Die langsamen Flügel des Ventilators schaffen kaum frische Luft Und ein Spiegel hängt hier? Mir ist schwindelig Hoffentlich habe ich heute Abend keine Kopfschmerzen Und kann gut einschlafen Ein Skelett? Ein menschliches Skelett, das die Halle mit starrem Blick beobachtet Wie ein stiller Wächter in der Dunkelheit Oh, wer ist denn der Mann hier auf dem Bild? Ich weiß nicht, wer das ist Vielleicht der ehemalige Hausbesitzer Hm, okay Und hier auf der Wand steht Morgue Das heißt, glaube ich, auf Englisch Leichenhalle Und dann gehe ich mal nach unten Also ich kenne mich mit Leichenhallen nicht aus Aber ich finde, dass es hier doch sehr schmutzig und sehr blutig aussieht Ich weiß nicht, ob das normal ist Ist schon merkwürdig Aber kann natürlich auch daran liegen Dass innerhalb des Spiels wir uns sehr weit zurück in der Zukunft befinden Also 1800 irgendwas Hier hängen Skizzen Menschliche Muskelgruppen und Organe Sie sind lateinisch beschriftet Es hat keinen Sinn, sie näher zu studieren Hm Der Boden ist verfärbt Wahrscheinlich durch getrocknetes Blut Sie sind leer Leere Kanister für Fotoentwickler Offenbar macht Herman die Fotos für seine Obduktionsberichte selbst Na, vielleicht können wir ja auch unsere Fotos hier entwickeln lassen Aber das wäre schon sehr merkwürdig Den benutzt Herman, um die Leichen zu transportieren Darauf liegen einige blutverschmierte Sachen Ich will sie nicht anfassen Ich weiß nicht, was drin ist Und ich will es auch nicht wissen Ein Metalleimer hier Beim Leichentisch Ich möchte mir lieber nicht vorstellen müssen Was sich in dem Eimer befindet Herman verwendet ihn vermutlich bei Obduktionen für Gewebe Um seinen Job beneide ich ihn nicht Hm Aber jemand muss es ja machen Ich frage mich halt, ob das hier alles mit legalen Dingen zugeht oder nicht Dr. Herman, ich würde Sie gerne sprechen Einen Augenblick Also, was führt Sie hierher? Mir ist aufgefallen, dass dies auch als Dunkelkammer dient Ja Ich entwickle die Obduktionsfotos hier Im Dorf bietet niemand einen solchen Dienst an Hierzulande ist es fast wie im Mittelalter Trotzdem Irgendwann gewöhnt man sich daran Wollen Sie etwa Fotos entwickeln lassen? Sehen Sie, Gordon Das ist kein Service Center für Touristen Sie befinden sich hier in einer Leichenhalle Ja, das ist offensichtlich Ich brauche aber nur ein paar Abzüge Mhm Na schön Aber das mache ich nur als Freundschaftsdienst Ihrer Familie gegenüber Geben Sie her Danke, Doktor Moment Ich möchte etwas als Gegenleistung Ohne kann ich Ihnen sowieso keine Fotos machen Mir ist der Entwickler ausgegangen Können Sie mir welchen aus dem Dorf bringen? Haben Sie nicht gerade gesagt, dass niemand im Dorf einen solchen Dienst anbietet? Ja Und das ist auch so Ich habe ein Arrangement mit dem alten Murray Er besorgt mir Nachschub aus der Stadt Sagen Sie ihm, der Entwickler ist für mich Er wird ihn Ihnen gern verkaufen Gut Ich komme später wieder Okay, dann ab ins Dorf Dann bin ich ja mal gespannt, wie der Murray jetzt so ist Wenn wir den jetzt endlich kennenlernen Und es regnet und regnet Das war vielleicht ein Knall, was? Der zweitlauteste heute möchte ich wetten Hallo Vic Mache ich Ich werfe den Ball auf die andere Seite Das ist sicherer Oh, der arme Vic Ich hoffe, der wird nicht gehauen oder so Oh Murrays Shop scheint erleuchtet zu sein Dann wollen wir doch mal gucken Oha Hier ist aber viel Gerümpel Ob er wohl zum Verkauf steht oder Teil des Inventars ist Schwer zu sagen bei all dem Zeug Hm, ein Kleiderständer Hm Ich sehe nichts, was ich gebrauchen könnte Ich möchte von diesen Sachen nichts kaufen Das meiste davon ist Ramsch Ja, ich gucke ja auch nur Er enthält nur noch mehr Trödel Und hier steht R.D. and J.B. Frazier Okay Julian Tobacco Hm Dann schauen wir uns den guten Murray doch mal an Murray hat dieses Leihhaus vor etwa zehn Jahren eröffnet Guten Morgen Wie kann ich Ihnen helfen? Dr. Herman hat mir gesagt, dass ich bei Ihnen Fotoentwickler bekomme Haben Sie welchen? Sie haben Glück Ich habe noch ein paar Flaschen Ich fahre nicht täglich in die Stadt, wissen Sie? Hier ist er Danke Vor einigen Tagen hat jemand ein bestimmtes Objekt hier versetzt Diesem Gegenstand hier nicht unähnlich Stimmt Ich erinnere mich, dass Henry etwas versetzt hat, das so ähnlich aussah Ich möchte diesen Gegenstand auslösen Gerne, Sir, das macht 35 Pfund Und ich brauche natürlich den Pfandschein mit der Unterschrift des Pfänders Ich gebe Ihnen das Geld, aber sehen Sie, ich habe den Schein nicht Sir, Sie wissen doch sicherlich, dass ich kein verpfändetes Objekt ohne entsprechenden Pfandschein auslösen darf Ich kann verstehen, dass Sie es ohne Schein nicht auslösen möchten, aber ich werde dafür bezahlen Es tut mir leid, so ist das Gesetz Dieses Objekt ist mir sehr wichtig Ich bin bereit, einen Sonderpreis zu zahlen Mag sein, aber wie fair wäre das dem Besitzer gegenüber, wenn ich sein Eigentum vor Ablauf der Frist einem anderen verkaufe? Laut Gesetz gehört ihm das verpfändete Objekt, bis die Laufzeit des Pfandes abgelaufen ist Murray, Henry kann es unmöglich auslösen Woher wollen Sie das wissen? Er ist tot Tod? Es tut mir wirklich leid, das zu hören, aber ich fürchte, der Tod des Besitzers ändert nichts Wer den gültigen Pfandschein vorlegt und die vereinbarte Summe zahlt, kann das Objekt zu jeder Zeit auslösen Versuchen Sie doch bitte zu verstehen, ich habe ihn nicht Würde das Geld nicht genügen? Es tut mir leid Sie können abwarten, bis die Laufzeit des Pfandes abgelaufen ist Das ist keine Alternative In dem Fall kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, Sir Ja, da kann ich Murray auch verstehen, also er muss sich ja auch an Gesetze halten, sonst verliert er seine Lizenz oder den Laden sogar Und nur weil Samuel reich ist, kann er ja nicht irgendwie sagen, dass er alles bekommt, was er will Das Dreifache sagen Sie? Hm Nein, das ist völlig unmöglich Ich möchte wegen Ihres Angebotes meine Lizenz nicht verlieren, obwohl ich zugeben muss, dass es sehr großzügig ist Wie viel müsste ich denn anbieten, um Sie zu überreden? Offenbar verstehen Sie mich nicht Ich mache das nicht, ganz egal wie viel Sie mir anbieten Dieses Leihhaus ist alles, was ich habe und ich werde nicht riskieren, es zu verlieren Aber wer würde schon von unserer Vereinbarung erfahren? Die Sache bleibt doch unter uns Tut mir leid, ich lasse mich nicht überreden Kein Pfandschein, keine Auslösung Na schön Wenn ich Ihnen den Schein bringe und das Geld bezahle, geben Sie es mir dann? Aber natürlich Hm, ich dachte, er wäre geldgieriger Ich muss unter allen Umständen Henrys Pfandschein finden, sonst bekomme ich von Murray gar nichts Wiedersehen Ja, ich meine, was denkt Samuel denn, wer er ist? Also sehr unsympathisch manchmal Ab zurück zu Hermans Haus und dann gehen wir mal die Flasche ab von Murray Ich sollte klingeln Ja? Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor Ich muss mit Ihnen sprechen Ja, kommen Sie herein Ich bin unten in der Leichenhalle Ich habe eine Frage an Sie, Doktor Herman Schießen Sie los, Garden Ich habe den Entwickler für Sie Können Sie jetzt meinen Film entwickeln? Warum nicht? Aber kommen Sie später wieder Ich muss meine Arbeit erledigen, bevor ich die Bilder entwickeln kann Was ist an diesem Film so wichtig, dass Sie damit zu mir kommen? Das werden Sie selbst sehen, Doktor Entweder Sie sind wichtig oder auch völlig nutzlos Okay, dann werde ich so lange wieder ins Dorf gehen und vielleicht mal im Pub vorbeischauen Mal gucken, was da so los ist gerade Oh, auf jeden Fall ist hier mehr los als das letzte Mal Hallo Harry Willkommen zurück, Mr. Gordon Na, wollen Sie einen Happen essen? Wie kommen Sie darauf? Oh, kommen Sie Ich weiß, dass Bates nicht gerade ein großartiger Koch ist Es ist gar nicht so schlimm Ich habe keinen Grund, mich zu beschweren Na schön, wenn Sie meinen Erinnern Sie sich an unser gestriges Gespräch darüber, dass hier nie etwas passiert? Aber sicher doch Nun, leider ist doch etwas passiert Oh, Sie meinen Henry Woher wissen Sie das? Tja, hier verbreiten sich Neuigkeiten schnell Der arme Henry Er war ein guter Stammgast Wir beide haben immer gerne einen gehoben Wie lange haben Sie ihn gekannt? Seit der Zeit, als er anfing im Schloss zu arbeiten Also eigentlich seit dem Tag, an dem er hier ankam Ich weiß noch, wie er hier aufgetaucht ist Total verschwitzt Und mit einem Koffer in jeder Hand Er bestellte gleich zwei große Biere Da wusste ich sofort, wir beide würden uns gut verstehen Hatte er Freunde hier in der Gegend? Hm, eigentlich nicht Sehen Sie, er war sowas wie ein Einzelgänger Ich glaube nicht, dass er sonst noch jemanden kannte Er kam immer nur hierher Danke, Harry Keine Ursache, Mr. Gordon Harry, sagen Sie, ist Mark zuverlässig? Naja, kommt darauf an Er ist nicht gerade ein Heiliger, wissen Sie Aber ich denke, für ein oder zwei Pfund macht er das, was Sie ihm sagen Hm, gut zu wissen Und der Totengräber ist auch hier und trinkt Ein Getränk Von den Gefäßen sieht das so ein bisschen aus wie diese Moskau-Mule oder wie die Getränke heißen Er sieht nicht sehr sympathisch aus Ich muss mit Ihnen reden Gut, aber fassen Sie sich kurz Sagen Sie, kannten Sie Henry Stanton? Nein Wieso? Sollte ich ihn kennen? Er hat für uns als Gärtner gearbeitet, aber er starb gestern Hm, dann werde ich ihm wohl bald begegnen Wollen Sie sonst noch was? Ich mag keine Gesellschaft Dann störe ich Sie nicht länger Hallo Hallo Kannten Sie Henry Stanton? Henry? Ich hab ihn manchmal im Pub gesehen Er war nicht sehr gesprächig, also kannte ich ihn nicht so richtig Jetzt überlassen Sie mich bitte meinem Sport Guten Morgen Gut für Sie vielleicht Was wollen Sie? Sie sagten gestern, dass Sie früher in unserem Garten ausgeholfen haben Ab und zu, ja Also kannten Sie Henry, unseren Gärtner, richtig? Ja, aber ich möchte nicht über ihn sprechen, nach dem was passiert ist Wann haben Sie das letzte Mal mit ihm gesprochen? Tja Gestern Abend, ich traf ihn auf der Straße zum Dorf Wann war das genau? Ich möchte nicht darüber reden, das hab ich Ihnen doch schon gesagt Ich hab keine Lust, mich da in etwas hineinziehen zu lassen Keine Sorge, ich bin nicht von der Polizei Worüber haben Sie gesprochen? Ich weiß es nicht mehr, es waren nur ein paar Sätze Hat er sich normal benommen? Ich meine, war er nüchtern? Ja, das war er, ganz sicher Es stimmt zwar, dass er viel getrunken hat, aber er war nicht jeden Tag besoffen Und gestern war er nüchtern, das wär mir sonst aufgefallen Danke, dass Sie mit mir gesprochen haben Keine Ursache Also Henry war am Abend noch nüchtern Und morgens fand man ihn ertrunken auf Das ergibt wenig Sinn Tom hat mir gesagt, dass Sie gelegentlich für Dr. Herman gearbeitet haben Tom neigt manchmal dazu, zu viel zu sagen Ich bin schon seit einiger Zeit arbeitslos Also nehme ich jeden Job an, der mir angeboten wird Irgendwie muss ich Geld verdienen Und es ist auf jeden Fall besser, für Dr. Herman Erledigungen zu machen, als für diesen miesen Bastard Murray Nun, ich brauche eine bestimmte Gefälligkeit von Ihnen Es hat sogar mit Dr. Herman zu tun Worum geht's denn? Ich möchte Folgendes von Ihnen Ich höre Ich möchte, dass Sie um eine bestimmte Zeit zu ihm gehen und ihn für ein paar Minuten beschäftigen Klingeln Sie an der Tür und warten Sie, bis er nach oben kommt Reden Sie über, was Sie wollen, aber halten Sie ihn so lange auf, wie es geht Tja, offen gesagt, mir gefällt dieser Plan nicht Das sieht nicht gerade ehrlich aus, nicht wahr? Außerdem, wenn Herman erfahren würde, dass ich an einer Verschwörung gegen ihn beteiligt war, würde er mich nie wieder beschäftigen Nee, da suchen Sie sich lieber einen anderen aus Hören Sie, ich erwarte nicht, dass Sie das umsonst machen Und das soll mich überraschen? Wie viel zahlt Ihnen, Dr. Herman? Kommt drauf an, was er von mir will Nein, Sie verstehen nicht Ich meine, was hat er Ihnen maximal bezahlt? Sechs Pfund am Tag, plus Verpflegung Ich gebe Ihnen zehn Das ist nicht schlecht für ein paar Minuten, oder? Zehn? Tja, das Geld wäre schön, aber... Sehen Sie, wenigstens habe ich bei Dr. Herman einen sicheren Job Nein, ich kann's nicht machen Na gut, ich gebe Ihnen zwanzig Das ist mein letztes Wort Zwanzig? Mensch, so viel Geld hatte ich schon ewig nicht mehr in der Tasche Zwanzig Pfund auf die Hand und die Sache ist geritzt Zehn jetzt und zehn später Hm, okay Um wie viel Uhr soll ich auftauchen? Etwa eine Viertelstunde, nachdem ich den Pub verlasse Seien Sie pünktlich, sonst bekommen Sie nichts Keine Sorge, ich bin pünktlich da Ich bin schnell zum Leichenschauhaus gegangen, um Mark zuvor zu kommen Hoffentlich kommt er pünktlich zur vereinbarten Zeit Ja? Samuel Gordon Bitte lassen Sie mich herein, Doktor Ich muss mit Ihnen sprechen Ja, kommen Sie herein Ich bin unten in der Leichenhalle Darf ich Sie einen Moment sprechen, Dr. Herman? Ja, aber wie gesagt, ich weiß nichts Neues Das braucht seine Zeit Also, wenn Sie mich immer wieder stören Nein, nein Ich bin wegen einer anderen Sache hier Ja? Also... Was wollen Sie denn, Gorben? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit Wo zum Teufel steckt dieser Mark? Haben Sie etwas gesagt? Nein, sehen Sie, ich habe nur... Wer ist denn das jetzt, verdammt? Wer ist da? Warten Sie hier auf mich Ich komme gleich wieder Natürlich Nur keine Eile Ich glaube, mein Blutdruck steigt gleich ins Unermessliche Also, wo ist dieser verfluchte Pfandschein? Vielleicht sollte ich beim Tisch anfangen Ja, ich glaube, ich möchte mir aber trotzdem noch mal die Leiche genauer ansehen Der arme Arme Henry Und der wurde schon aufgemacht Okay Oh, hier hängt ein Schlüsselbund Der Schlüssel vom Müllcontainer, der vor der Leichenhalle steht, ist an diesem Bund Es würde mich interessieren, zu wissen, was Herman so schnell loswerden wollte Es muss der große Schlüssel sein Die anderen sind zu klein Ich kann ihn jetzt nicht nehmen Herman würde es bestimmt merken Ab zum Schreibtisch Ach du Schande, ist das etwa ein menschliches Gehirn da auf dem Tisch? Ist das das, was ich denke? Äh, okay Ein altes Mikroskop Hm, ein Stück Modelliermasse, um Abdrücke zu machen Das könnte sich als nützlich erweisen Viele Dinge, aber nichts, was ich gebrauchen kann Na, da bin ich mir doch zu 100% sicher, dass diese Modelliermasse für den Schlüssel gedacht ist Ich habe einen Abdruck des Schlüssels in der Modelliermasse gemacht Oh, eine mysteriöse Schachtel im Hintergrund Dann gucken wir doch mal da rein Vielleicht finden wir den Schein ja endlich Diese Schachtel ist mit Henrys Namen beschriftet Henrys Pfandschein Ausgezeichnet Herman scheint zurückzukommen Ich höre ihn auf der Treppe Suchen Sie etwas Bestimmtes? Nein, natürlich nicht Naja, ich war noch nie in einer Leichenhalle Ich bin bloß neugierig Sie haben einige ungewöhnliche Interessen, wie ich sehe Wovon sprachen wir gerade? Äh, ich habe es schon völlig vergessen Es kann nichts Wichtiges gewesen sein Sei strom Ich habe sowieso keine Zeit mit Ihnen zu plaudern Nichts für ungut Ach, ich bin es, der sich entschuldigen sollte Ich will Sie nicht länger stören Bis dann, Doktor Wiedersehen worden So, wir schulden dem Mark noch 10 Pfund Dann werde ich mal zurückgehen Aber vielleicht weiß Harry erstmal, wo ich einen Schlüssel machen kann Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Frage an Sie Harry, Sie kennen doch jeden hier Wissen Sie vielleicht, wer mir einen Schlüssel nachmachen könnte? Also, ich weiß nicht, ob er der Richtige ist Aber Mark hier ist ziemlich geschickt Fragen Sie ihn einfach Gut, danke Hm, der Mark ist ja ein richtiger Tausendsasser Er kann alles Darf ich Sie kurz stören? Wenn es sein muss Aber nicht lange Ich habe eine Glückssträhne beim Kartenspiel Wie ich sehe, haben Sie keine Zeit verloren, mein Geld auszugeben Jetzt ist es mein Geld Und ich gebe es so aus, wie ich will Damit habe ich kein Problem Hatten Sie genug Zeit, um das zu machen, was Sie machen wollten? Ja, hatte ich Aber Sie hätten vielleicht auch etwas früher auftauchen können Was haben Sie eigentlich da unten gemacht? Das geht Sie nun wirklich nichts an Ja, ich habe damit auch kein Problem Wenn Sie mal wieder etwas brauchen, wissen Sie, wo Sie mich finden Ich brauche jemanden, der mir einen Schlüssel nachmacht Harry sagte, Sie könnten das Ein Schlüssel ist kein Problem Geben Sie mir das Original Und Sie bekommen in Kürze eine Kopie zurück Und es kostet Sie nichts Ich betrachte es als Teil unserer Abmachung Das Problem ist, ich habe nur einen Abdruck Ah, das erschwert die Sache Ich habe es noch nie mit einem Abdruck versucht Geben Sie her Sie können das Ergebnis in einer Stunde abholen oder so Mal sehen, was ich tun kann Gut Hier ist er Bis später So, ich werde jetzt Zum Murray gehen Und mir den Schein geben lassen Äh, den Schein abgeben und mir das Objekt geben lassen So meine ich Kann ich irgendwas für Sie tun? Murray, ich möchte gerne das Objekt auslösen, von dem wir gesprochen haben Sie erinnern sich sicherlich, dass Sie einen gültigen Pfandschein vorlegen müssen Keine Sorge Den habe ich Hier Hm, ja Er scheint in Ordnung zu sein Das macht 40 Pfund, Sir Sagten Sie nicht 35? Oh, Sie haben Recht Entschuldigung, ich habe mich geirrt Sicher Ich hole es sofort für Sie Ich habe mich geirrt Wiedersehen. Dieses Teil habe ich im Pfandhaus ausgelöst. Oh, jetzt sind die zwei Teile zusammen. Die Teile sind ineinander eingerastet. Aber ich glaube, der Stein in der Mitte fehlt tatsächlich. Hm, okay. Den Wagen hier vorne. Es ist kaum zu entziffern. Die Kreide ist verwischt. Ich kann Harry direkt fragen. Wenn es regnet, sind die Stufen so glitschig, dass es sehr gefährlich ist, zum Wasser zu gehen. Dann wollen wir doch mal mit dem Angler sprechen und ihm das erzählen mit seinem Fischerboot da. Er beobachtet die Wasseroberfläche genau. Hallo, junger Mann. Heute beißen die Fische an. Das spüre ich in meinen Knochen. Wie lange wollen Sie heute hier angeln? So lange wie nötig. Den ganzen Tag. Es sei denn, der Regen hört auf. Es gibt keine bessere Art, einen verregneten Tag zu verbringen. Na dann, Petri Heil. Gehört Ihnen das Boot auf der anderen Seite des Flusses? Es ist wohl Leck. Eine Menge Wasser steht darin. Es wird jeden Moment sinken. Keine Sorge. Es ist älter als ich. Aber danke, dass Sie es mir gesagt haben. Heutzutage sind die meisten Leute nicht so rücksichtsvoll. Kein Problem. Ich muss jetzt gehen. Ich bin mir nicht genau sicher, wie lange ich jetzt warten muss, bis der Schlüssel fertig ist. Ich werde mal gucken, ob das schon gemacht wurde von ihm. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge, was passiert mit dem Schlüssel und dem Container. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Öl.